Yo Leute, ich bin's wieder. Das gibt ne Anzahl hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schgeri Mondai. Und vor einigen Folgen haben wir die gute Notes of Obsession angefangen. Die gute Spiel, genau. So, haben wir angefangen und das werde ich heute so weiterspielen, I guess. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. So, wir sind jetzt hier im Game und werden jetzt einfach mal loslegen. Das heißt, do not play. Und ich hoffe, dass wir einfach mal... Moment. Moment, what's wrong? What the fuck is wrong? Is this game? Moment. Moment, ich krieg das hin. So. So. Wunderbärchen. So. Äh, ja. Dann los. Nein, ich darf jetzt hier nicht nochmal neu anfangen, oder? Ich darf tatsächlich nochmal neu anfangen. Ja. Nein, ich habe jetzt mehr Erfahrung in Horrorgames. Die Tür ist zugegangen. Ja. Press E, 2, Enter, Act. Oh. Man sieht das jetzt nicht, weil gerade die Facecam davor ist. Ähm, ich gucke die mal so ein Stück weg. Ähm, ja. Da. Genau. Ähm. Jungs. Es beginnt. Mal weg jetzt. Moment. Ähm. Ja. Die lassen wir einfach mal da unten. So. Nein, die kann ich leider nicht drauf machen. Digga. Okay. Ähm, wir holen die Spieluhr mal wieder raus. Die Spieluhr des Kevin Toten. Nein. So, und jetzt möchte ich, dass du sie aufziehst. Nein. Mehr. Noch ein Stück. Ja, weiter so. Bitte. Noch ein Stück. Danke. Okay, ich glaube, das war tatsächlich nur das eine hier an dem Level. Wat? Okay, dann. Okay. Okay. What the fuck ist mit diesem Auto verkehrt? Gut, wir ziehen die Uhr einfach nochmal auf, sonst wäre sowas. Ja, Fernseher, wie laut wollen sie sein? Ja. So, ich stelle das Gamepad nochmal einen Ticken leise. Aha, hier crouchen und jetzt hin. Ja, und Smarten, das Vieh, will wissen. Ja, ich mache so, ich mache so, ich mache so, ich mache so. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir müssen uns verstecken Hmm Ich will ihn ja, nein Timmy, ist du es? Okay Okay Steuerung um zu crouchen Hier bleibe ich, hier ist schön Schön gemütlich Du kriegst auch keine Platzangst Mega Ah Made in China, dass Ähm Lass mal einen Schluck Trinken, Junge Ah Äh Entschuldigung 2 3 4 4 5 6 Da Aha 3 5 6 7 7 8 9 9 10 11 10 12 12 13 12 13 13 14 15 16 15 Was ist dies? Ok, wir werden ziehen in die Uhr-Normale. Ok. Ok. Hä? Junge, wo ist das denn? Bin ich dann blöd? Kann ich springen? Nein, kann ich nicht. Warum könnten die Charaktere in Horror-Games nie springen, Alter? Und ich will die nicht immer wegpacken, Mann. So. Crouchen. Es geht. Junge, ich will es nicht wegpacken. Und da, lol. Komm her. Ehh. So. Abmarsch. Oh, fuck off. Oh, fuck off. Da, da, da. Come, come, come. Fuck off. Oh, fuck off. Das ist's. Öff. ach so jetzt machen wir wieder hier in unserem ach so wilden wohnzimmer auf und das licht ist alles kann ich habe ich das natürlich da die ich habe angst stelle mich jetzt in die ecke und weine ach lol hier sind jetzt unten super dass ich das aus der ersten folge schon verdrängt hatte neben dem gemälde ich nehme an 1 2 3 4 5 6 7 dinge müssen das wird eine tortur ich setze mir auf die couch was ist das für ein sound alter kommt der gleich aus meinem fernseher raus oder was alter bruder was willst du denn von mir ein schönes haus haben sie hier so 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 ich habe smarte menschen und dich selbst was sind das denn für sounds alter hatte ich gesagt wir machen das fertig ich glaube nicht ich weiß warum ich das geben nicht mehr angefasst habe seitdem geht das auf nein was ist das das ist eine schiebetür oder was ist einfach alles durchnästiger bäh what the fuck jungen dieses game alter kurz pause also wir haben jetzt 1 2 3 4 prolog prolog harriet war nicht happy seit ihr ehemann außerhalb des dorfes war oder außerhalb der stadt für die arbeit sie musste michael vom hockeytraining aufheben also mitnehmen sie würde aber lieber zu hause sein und würde es viel langsamer und leichter angehen lassen nach einem harten tag haben an der arbeit das kommt zu haben ich bin zurück zum nächsten Mal ich bin zurück zu Hause ich bin gerade zur probiert ich habe mir das nicht wovon ich bin diese ja made in russia natürlich ist das ding besessen so wir müssen jetzt nur noch drei schaffen deswegen kurz pause tschüss ich habe mich hat meinen kaffee getrunken beziehungsweise eiste beziehungsweise sonst irgendwas beruhigt habe ich mich jetzt nicht und jetzt machen wir weiter ich habe es übrigens geschafft eben mal das game auf fucking 1000 1000 1920 1080 hochzumachen und so stolz auf mich moment optionen ich habe es aber endlich geschafft das hat man gehört oder ach lol das ist der regler ja gut also wenn man das aber mal so back ist da oben was vor allem ich weiß halt wie das fiech aus ihr wo 2 Für mich war es theoretisch schon vorbei, als es dann los ging mit dem, ne, ich schneide es jetzt rein. Also, wer sind quasi... Fuck it. What do I have to lose? Da! Oh! Hör doch auf zu crouchen! Hallo! Was geht, Bro? Kann ich... Ich kann nichts machen? Oh, okay. Ich glaube, das sollte tatsächlich so kommen, but I don't know. Aber jetzt fehlen uns nur noch zwei. Ich bin so stolz auf mich. Renn der jetzt hier überall rum? Oder ich drehe mal kurz die Uhr auf. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, Mann. Ich will mich halt nicht von dieser Couch wegbewegen, Mann. Die sieht so... Du hältst dein Schnauze! Der Fernseher geht's auch gut. Mega! Also... Gib mir den Beat, Alter! Ja... Nein! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir gleich ein großes Unheil passieren wird. Was... Was war das gerade? Ich, ähm... Wir können doch jetzt auch genauso gut über Fußball reden. Warum ist diese Scheiß Tür zu? Fuck you! Diese Musik ist auch nicht vertrauensäppig, Mann! Kann ich die ausschalten? Ja, Mann! Ja, Mann! Nee, Mann! Siehst du aber gar nicht, LOL! Fullscreen, Mouse-Sensitivity... Effekt epic, epic, epic... Höchstes, höchstes... Wunderbärchen! Ähm... Kevin Thomas... Kevin Thomas, du hast keine... Mein Gott, der Clown hat ja keine... Junge... Ich ziehe jetzt die Uhr nochmal auf... Ich glaube, wir müssen den Kram einsammeln und dann können wir die Türen aufmachen oder so. Ähm... Liebes Spiel, kannst du das mal lassen? Setz mich jetzt hier hin und warte. Fuck diese Spieluhr, Alter! Fuck diese Spieluhr, Alter! Hm... Wait a minute! Who are you? Aber gut, wie gesagt, äh... Wir werden das Ding nicht fertig spielen. Das war nur so ein... Ne? Äh... Ja, das soll's gewesen sein mit dieser kleinen Folge von Scary Monday. Äh... Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert... den Kanal, wenn ihr's noch nicht gemacht habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Montag. Und vielleicht auch früher, ich weiß noch nicht. Äh... Zu einer neuen Folge von was auch immer ich mache. Bis dahin macht's gut und ciao! Ciao!